Ich bin hier beim hessischen Schultheatertreffen zuständig für die Organisation der Workshops und der Nachbesprechung und des Hallo Wachs, womit wir morgens das Festival beginnen. Und das hessische Schultheatertreffen ist das Beste, was man als Schüler oder Schülerin machen kann. Weil hier kommen alle zusammen, die das gleiche Ziel haben. Theater machen. Okay, also was hast du in den letzten Tagen hier gelernt? Größtenteils, wie schön es sein kann, Theater zu spielen, mit Leuten, die auch Theater zu spielen, also wenn das Publikum Leute sind, die Theater spielen. HMTV! Welche Unterschiede gibt es zwischen hier Theaterspielen und zu Hause? In der Schule tut man halt eher so nur mit seiner Gruppe und hier hat man halt Erfahrung, mit anderen Teams noch mal zu reden und sich verschieden auszutauschen. Ja und das Gefühl auf der Bühne zu spielen ist auch noch mal bei uns in der Schule anders als hier, weil der Schule kennt man die Leute, bei denen man es vorspielt und hier nicht. HMTV! Wie fandest du die letzten Tage? Ich fand die letzten Tage hier saucool. Es ist eine sauschöne Umgebung in einem sauschönen Park und die Zimmer waren geil, das Essen war gut und generell auch die Leute waren einfach saucool und es hat mich auf jeden Fall gefreut hier zu sein. Es war eine sehr geile Erfahrung auf jeden Fall. HMTV! 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 Würdest du noch mal kommen und wenn ja, warum? Ja, ich würde auf jeden Fall noch mal kommen. Ich bin dieses Jahr das erste Jahr dabei und es macht einen riesigen Spaß. Es ist eine super Erfahrung für uns. Es wird sich hier um uns gekümmert und es ist für uns, also wir suchen ja immer Praxis, wir studieren darstellendes Spiel und da ist es natürlich hier richtig viel los. Wir können mit älteren Schülern zu tun haben, mit kleineren Schülern und Schülerinnen und es macht viel Spaß. Also ich komme gerne wieder, wenn ich darf. Ich freue mich auf die vielen Theaterstücke, die wir uns angucken können. Ich freue mich aufs Theater spielen. Ich freue mich auf die vielen Theaterstücke, die wir angucken können. Okay, danke schön. HMTV! Würdest du noch mal hierher kommen und wenn ja, warum? Sehr gerne. Es hat mir bisher super viel Spaß gemacht. Es sind einfach unterschiedliche Gruppen. Es macht mir total Spaß, mit solchen unterschiedlichen Gruppen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenzuarbeiten. Und es macht einfach sehr viel Spaß. Es ist ein schöner Ort, wo alle zusammenkommen. Wie fandest du die letzten Tage? Ja, auf jeden Fall sehr schön. Ich habe viel gelernt und ja, was soll ich sagen. Ich habe erwartet, dass es echt langweilig wird, muss ich ehrlich sagen. Und ich wurde positiv überrascht und ja. HSTT! Also ich bin Olaf Mönch. Ich organisiere das hessische Schultheatertreffen und habe hier ein tolles Technik-Team bei mir. Und es ist eine echte Chance beim HSTT, dass wir nicht nur Theatergruppen einladen, sondern auch Techniker. Denn die lernen hier natürlich sehr schön für die Theatergruppen da zu sein und die Ästhetik des Lichts gut einzusetzen, damit alle Gruppen gut im Licht stehen. Also hier zu sehen. Wir haben in dem Zeitpunkt in der Zeitpunkt in der Zeitpunkt in der Zeitpunkt in der Zeitpunkt. Untertitelung des ZDF, 2020